Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute gibt es ein Battlefield 3 Video von der Gamescom 2011 in Köln. Battlefield 3 wurde dann auch vollkommen zurecht mit dem Preis Best of Gamescom 2011 ausgezeichnet und den Game of the Show Award gab es dann direkt noch hinterher. Man kann dann wohl wirklich sagen, dass Battlefield 3 das am meisten erwartete und am meisten gehypte Spiel der Gamescom war und so standen die Besucher der Messe wirklich am Samstag bis zu sensationellen 12 Stunden in der Warteschlange, um einmal Battlefield 3 auf der neuen Caspian Border Map anspielen zu können. Sage und Schreibe, 64 PC standen dann in Halle 6 für die Battlefield 3 Freunde zur Verfügung, um Caspian Border im Conquest Modus anspielen zu können. Ebenso war die Koop-Mission auf der Playstation 3 verfügbar und in der Community-Launch hatten wir zusätzlich noch die Möglichkeit, vor und vor Team Deathmatch zu spielen. Während draußen vor den Toren dann noch die Fans auf die Öffnung der Gamescom warteten, machte ich mich bereits auf dem Weg in die EA Community-Launch, um Battlefield 3 erneut anzuspielen. Im heutigen Video gibt es dann nochmal ein paar gesammelte Eindrücke von Battlefield 3 auf der Gamescom und wie man hier ganz schön sehen konnte, in der Community-Launch waren auch noch andere Spiele verfügbar. Aber hauptsächlich waren wir da für Battlefield. Die ersten lachenden Gesichter am Morgen, das war noch nicht alles fertig installiert, die letzten Rechner wurden noch zusammengeschraubt, bevor das Ganze beginnen konnte. Ja, und hier kann man mal das krasse Gegenteil von drinnen sehen. So sah es im Innenhof der Community-Launch aus, wo erstmal die Sonnenschirme ausgebreitet wurden, um sich relaxt auf ein paar Zockstunden vorzubereiten. Am Ende des Videos gibt es dann auch nochmal Ausschnitte aus dem Live-Chat von Battlefield 3, den Electronic Arts direkt aus der Community-Launch mit Andreas Koch und Max Maron gesendet hat. Für einige wichtige Vertreter der Battlefield 3-Community ging es dann ab in Konferenzraum K und hier kann man nochmal den Überblick sehen, wann welcher Termin für Battlefield 3 gebucht war. Ja, zunächst hieß es ein bisschen Schlange stehen, bis alles vorbereitet war und leider Gottes war es nicht erlaubt, das Q&A und die Präsentation von Daniel Matros, dem Global Community Manager von DICE für Battlefield 3, zu filmen. Ja, immerhin kann ich euch zeigen, wie wir alle reingelatscht sind, schon voller Vorfreude, was uns da so erwarten wurde. Daniel war schon drin und der Rest nahm dann auch so langsam Platz. Besonders interessant war es dann eigentlich, wie Daniel erklärte, wie so eine komplette Spielentwicklung bei DICE zu Battlefield 3 abgelaufen ist. Und im nächsten Bild könnt ihr jetzt mal raten, wer hier vorne links auf dem Stuhl fehlt. Ja, richtig, das war mein Platz und da sind wir schon wieder live dabei, Battlefield 3 im Vor- und Vor-Team-Desmash zu spielen. Ja, das hat mir überraschend gut gefallen und wenn ihr jetzt seht und schaut, was machen die da an meinem Platz? Na, wir wissen es nicht, vielleicht meinen Killstreak bewundern. Generell muss ich einfach wieder sagen, ich bin nach wie vor begeistert, was die Frostbite 2 Engine so in Battlefield 3 leistet. Und gerade mal abseits des virtuellen Schlachtfeldes findet man einfach wunderschöne Szenarien und absolut erstklassig in Szene gesetzte Landschaften und Kulisten. Ja, wirklich überraschenderweise spielte sich dieser Vor- und Vor-Infantrie-Only-Modus dann auch wirklich spannend und recht direkt. Und das Schöne war eigentlich, man konnte immer so quer über den Tisch dem anderen ins Gesicht gucken, wenn man den mal gekillt hatte. Und so lachen, ich war es und so. Das war also zum Anspielen wirklich eine tolle Sache und hat eine Menge Spaß gemacht, einfach in dieser relaxten Atmosphäre mit viel Zeit in klimatisierten Räumen abseits des Trubels Battlefield 3 nochmal ausführlich testen zu können. Nach der Alpha-Phase war es jetzt auch nochmal ganz schön zu sehen, wie alle Waffen freigeschaltet waren und alle Slots individuell belegt werden konnten. Insgesamt wird es ja mehr als 50 Waffen geben. Jede Waffe ist davon mit drei Slots versehen, wo ihr Individualisierung und Mods an eurer Lieblingsbumme, sag ich mal, unterbringen könnt. Egal ob Schalldämpfer, andere Visiere und das ganze Zeugs, das war wirklich immens. Das konnte man kaum in der Anspielzeit wirklich alles checken, was es da so für Möglichkeiten gab. Und besonders lustig war eigentlich auch dieser kleine Roboter, den ihr vielleicht aus dem Caspian Border Trailer kennt. Der wurde dort schon liebevoll WALL-E getauft. Fazit von meinen beiden Tagen bei Battlefield 3 wäre einfach, dass sich sowohl dieser riesige 64er Conquest-Monus absolut toll hat spielen lassen und auch zum Anschauen war mit Panzer, mit Jets und allem drunter dran. Aber genauso auch gut diese kleine Variante hier mit wenigen Leuten einfach hervorragend funktioniert hat. Ja und damit ihr nochmal richtig viele Infos bekommt, habe ich euch jetzt diesen Live-Chat von Electronic Arts aus der Community-Launch mit eingefügt. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in die Community-Launch von Battlefield 3 gefallen. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß und den wünsche ich euch jetzt auch noch mit dem Live-Chat. Herzlich Willkommen zum deutschen Battlefield 3 Live-Chat. Ich bin der Andreas Koch, der Gamma-Community-Manager-Battle-Feed für Deutschland. Neben mir sitzt der Max Maron. Hallo. Er ist einer von unseren Forenmoderatoren für den Battle-Feed-Bereich im offiziellen EA-Forum. Und ich denke, wir steigen dann auch einfach sofort ein und fangen an, ein paar Fragen zu beantworten. Back-to-Karkant ist ja bekanntlich das Ad-On für Battlefield 3, was es als Pre-Order-Bonus gibt. Die Frage, die wir hier haben, ist, wie viele Waffen gibt es in Back-to-Karkant. Also können wir im Detail im Moment leider gar nichts sagen, aber der Gesamtumfang von Back-to-Karkant wird ungefähr so sein, wie der von Battlefield Bad Company 2 Vietnam. Und das war wirklich ein großartiges Ad-On. Es arbeitet auch dasselbe Team an Back-to-Karkant. Da kommt also was richtig Geniales auf uns zu denken. Es wird auf alle Fälle für die Spieler viele Waffen geben, die ihnen aus Battlefield 2 bekannt sein werden. Auch Fahrzeuge aus Battlefield 2 werden deutlich... Und die klassischen Karten. Ja, natürlich. War geil, dann. Da freue ich mich besonders. Ich auch sehr. Die Frage zur Hardware, die man braucht, um diese wirklich großartige und geniale Grafik wirklich in voller Pracht und Schönheit sehen zu können, welche Hardware man dafür braucht, die hören wir ganz, ganz oft. Die haben wir im Forum ganz, ganz oft. Das ist auch ein ganz heiß diskutiertes Thema im Forum. Im Moment gibt es noch keine offiziellen Systemanforderungen von DICE. Da werden wir sicherlich auch noch ein paar Tage drauf warten müssen. Das Spiel ist noch voll in der Entwicklung. Wir haben noch Zeit bis zum 27. Oktober. Klar ist natürlich, dass ganz viele Spieler wissen wollen, was müssen sie investieren, um das Spiel in voller Schuhe zu halten. Alle sind natürlich sehr neugierig. Es ist aber sicherlich davon auszugehen, dass mit aktuellen Computern dieses Spiel sehr gut zu spielen sein wird. Angekündigt und angesagt ist, dass es zum Release von Battlefield 3 weder für den PC noch für die Konsole in LAN-Modus geben wird. Nach wie vor ist DICE daran, die Feedbacks anzuschauen und zu überlegen, ob das machbar ist mit dem LAN-Modus für den PC. Ich denke, für die Konsole wird es keinen LAN-Modus geben, auch in Zukunft nicht. Viele Spieler werden vielleicht auch erhoffen, dass es einen Split-Screen-Modus gibt. Dazu kann man momentan noch nichts sagen. Ne, Split-Screen wird es nicht geben. Auch nicht. Koop ist auch für den PC angekündigt. Ja, definitiv. Also zwei Spieler können dort zusammen spielen. Und es wird sechs Karten geben, auf denen man dort spielen kann. Das sind spezielle Karten, die dafür für den Koop-Modus angelegt wurden. Und Koop ist auch eine Sache, wo ich mich selbst auch sehr drauf freue. Ja, sehr. Das wird sicher sehr, sehr lustig, mit den Mates zusammen zu spielen. Ja, Spaß zu haben. Genau. Können wir leider im Moment auch noch nichts dazu sagen. Caspian Borders läuft im Moment am Hauptstand in der Ausstellungshalle, in Halle 6. Dort kann es am PC angespielt werden. Zu dem genauen Größenunterschied ist halt im Moment sinnvoll, sicherlich nur eins zu sagen. Es sind halt weniger Spieler und die Maps auf der Konsole werden natürlich an die Spielerzahl angepasst werden. Alles andere brauchen halt. Es wird sich halt dann schon, wenn man die Kampfhandlung, werden sich schon etwas geballter dann auf bestimmte Punkte fixieren auf den Maps. Ja. Was die Jets angeht, ist es aber schon sehr interessant, dass man auch auf dem PC sehr weit fliegen kann und genug Platz haben wird. Und das, denke ich, sollte auch auf der Konsole möglich sein. Es wird Maps mit mehrstöckigen Gebäuden geben. Wenn man einen Blick auf Operation Metro wirft, dann kann man sehen, dass man bis zum dritten Stock hochlaufen kann. Und da entwickeln sich auch durchaus interessante Gefechte, die Zerstörung, die Frost bei 2.0 mitbringen. Macht da natürlich eine ganze Menge Strategie und Taktik möglich. Sehr viel verschanzen geht da nicht. Die RPGs, die sorgen für Ordnung. Es ist schon problematisch, ja. Es gibt natürlich effektive Mittel, sich verschanzende Gegner aus den Häusern rauszuholen, beziehungsweise ihnen die Deckung zu nehmen. Es soll den Spielern schon ermöglicht sein, gerade durch die Benutzung der Destruction, taktische Möglichkeiten auch selbst zu bestimmen. Wann kommt die Beta online? Die Beta wird im September kommen. Ein genaues Datum ist dazu im Moment noch nicht angekündigt. Sobald das genaue Datum angekündigt wird, werdet ihr das natürlich erfahren. Wir werden es auf battlefield.de haben, wir werden es auf Facebook haben und auf Twitter. Und es wird euch nicht entgehen, wenn die Beta startet. Auf keinen Fall. Nein. Im Prinzip erstmal zur Common Rose. Die Common Rose ist bestätigt. Das heißt, sowohl die PC-Version als auch die Konsolen-Version werden Common Rose haben. Wie die Common Rose ganz genau aussieht, können wir von hier aus im Moment natürlich auch noch nicht sagen, weil in der Version, die hier auf der Gamescom zur Verfügung steht, ist die Common Rose noch nicht integriert. Ja. Aber die Common Rose ist sicherlich auf jeden Fall ein Feature, das ganz viele Leute hat. Ja, definitiv. Die Spieler haben danach gefragt und DICE hat damit schon signalisiert, dass die Community schon wichtig ist und dass man eben Feedback aus der Community auch verwendet. Bist du gesprungen und hast geschossen? Ich bin gesprungen und habe geschossen, aber nicht treffen können. Und hast du was getroffen? Natürlich nicht. Ja, das dachte ich mir. Also natürlich kann man, wenn man springt, schießen. Das ist ja durchaus realistisch. Man kann ja den Abzugsfinger benutzen, während der gerade hochspringt. Nur das Treffen ist halt unwahrscheinlich. Man kann definitiv seinem Gegner aber zeigen, wo man sich aufhält. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Feature. Also immer schön springen und schießen, dann weiß der Gegner, wo ihr seid und dann ist das ganz schnell zu Ende. Ja. Also man merkt halt wirklich, dass Battlefield 3 auch nochmal einen Tick mehr in Richtung Realität geht. Ganz wichtig zu sagen ist, wenn man sich hinlegt, gerade wir haben da ganz viele Bedenken von Spielern auf dem Forum gehört, wo dann die Ansage kam, ja wenn dann das Hinlegen wieder möglich ist, dann sieht man die Sniper gar nicht mehr. Ja, die Sniper sieht man. Richtig, die Sniper sieht man. Wenn man über die Karte guckt und ein Sniper sich irgendwo versteckt, dann kann man ihn erkennen, indem ein Lichtreflex von seinem Visier, beziehungsweise von seinem Zielfernrohr ausgeht. Und so kann man schon sehen, da hat mich jemand im Blick und kann sich dementsprechend dann auch verhalten. Man kann also seine Deckung verbessern, beziehungsweise das Feuer eröffnen. Das kann man auch als Bodensoldat einen Jet runterholen. Ja, kann man. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Lenkraketen im Spiel. Du hast ganz einfach die Möglichkeit, in ein entsprechendes Fahrzeug einzusteigen. Also du bist nicht wehrlos gegen die Jets. Das ist halt auch immer eine Befürchtung von ganz vielen Spielern. Ja, es wird definitiv gepanzerte Luftabwehrfahrzeuge geben. Und es gibt zum Beispiel auch eine Stingerrakete, mit der man diese Flugzeuge damit kämpfen kann. Das möchte ich mal mit einer Gegenfrage beantworten. Stell dir doch einfach mal vor, was passiert, oder besser, kannst du dir vorstellen, was wirklich passiert, wenn in jedem Team 32 Spieler sind und nur noch eine M-Com übrig ist und 32 Spieler versuchen, eine M-Com zu nehmen. Nein, 64 Spieler wird es im Conquest geben. Im Rushmodus macht das ab, die Kenze. Im Conquest ist allerdings auch mit 32 Spielern spielbar. Ja, das ist richtig. Oh ja, sehr viele. Richtig, richtig viele. Aber wir haben in Battlefield 3 ungefähr 10 Mal so viele Gadgets, Freischaltungen, Waffenaufsätze und Möglichkeiten, die Waffe zu verändern. Also 10 Mal mehr als in Battlefield Bad Company 2. Und dort gab es auch schon ganz, ganz schön viele Möglichkeiten. Unglaublich viele Waffen. Wir spielen im Moment 4 gegen 4. Das ist ein richtig schöner Infanterie-Modus. Ich denke, das könnte auch ein Modus für die E-Sport-Community sein. Es ist halt wirklich sehr herausfordernd, sehr competitive. Es geht sofort zur Sache. Und es entscheidet sich auch relativ schnell. Lohnt es sich, Battlefield 3 zu kaufen? Das kann ich mit einem einzigen Wort beantworten. Ja, auf alle Fälle.